Ich mag nicht, wenn irgend so ein Apfelgräbs von mir im Papierkorb rumdümpelt. Oder auf dem Schreibtisch wochenlang war. Klingt auch das Problem. Nee, auf dem Schreibtisch liegen meine vollgewächsten Taschentücher. Bei mir ist es der Boden. Könnte auch noch gehen. Aber irgendwie hab ich's mit dem Apfel. Ich mach mir auch die ganze Zeit Apfelsaft-Schorle. Hab ich ja gestern schon. Oh, ich hatte jetzt ein Apfelgummibärchen. So ein grüner? Ja. Da noch einer. Abgefahren. Fühl ich mich fast genauso gesund wie du. Das ist aus so einer Flasche Apfelsaft. Die ist mir immer voll, also viel zu süß, ja? So puren Apfelsaft. Dann mach ich so vier, fünf Flaschen Apfel-Pisse. Mit Wasser halt. Ich verstehe, was du meinst. Glaub ich. Na gut, wollen wir anfangen? Ich warte die ganze Zeit darauf. Ich bin eigentlich jetzt auch schon total fertig. Du bist fertig. cause ich jetzt auch noch bin. Bye. Vielen Dank.